Niemand weiß, wie viele Tonnen Müll genau in der Natur vor sich hinrotten und welche Gefahren das für Mensch und Tier darstellt. Kennst du das? Du bist in der Natur und plötzlich... Wir von Global 2000 und vom Alpenverein wollen diesem Problem entgegentreten und mit euch dafür sorgen, dass Österreich nachhaltig sauber bleibt. Damit der Müll nicht jedes Jahr wieder auf denselben Stellen auftaucht, gibt es jetzt die Global 2000 Naturputzer-App. In der App erstellen wir mit eurer Hilfe gemeinsam eine Karte von wilden Müllkippen, um erstmals in Österreich das Problem zu dokumentieren. Ich denke, ich bin der Michel vom Alpenverein. Ich weiß zwar nicht, wie es eng dabei geht, wenn ihr so einen Dreck im Wald oder einen Berg seht, aber mir ist es nicht wurscht. Deswegen wäre es toll, wenn wir alle gemeinsam miteinander die Naturputzer-App auf die Beine stellen würden. In der Naturputzer-App für Android und iPhones könnt ihr gefundenen Müll eintragen und dokumentieren. Alle eingetragenen Spots stellen wir als Open Data Download zur Verfügung, damit Umweltschützerinnen und Forscherinnen unsere durch die Initiative gewonnenen Daten fürs Umweltschützen nutzen können. Global 2000 und der Alpenverein warten nicht länger. Wir packen gemeinsam an und sorgen dafür, dass in Zukunft auch weniger Gift in unseren Lebensräumen landet. Du hast jetzt die Möglichkeit, unser Crowdfunding-Projekt Naturputzer zu unterstützen. Wir haben für euch einiges vorbereitet. T-Shirt, eine Hüttenwanderung oder eine Exkursion in die Frühlingsau und vieles mehr. Danke für eure Unterstützung. Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020